Wenn die Funktion Sites nicht eingeschaltet ist, kann man sie unter Mehr, App-Einstellungen mit diesem Regler einschalten. Nun wieder auf Mehr wechseln und auf Änderung der Site tippen. Neue Site erstellen. Hierzu muss ich mich zunächst einloggen. Dann wieder zurück. Nun sieht man hier schon eine von mir erstellte Site zu Hause. Das Besondere, ich kann nun mehrere Netzwerke bequem auf einer Seite darstellen und hier ganz einfach in mein Netzwerk klicken und meine Leuchten steuern. Außerdem kann man Szenen über die Netzwerke hinweg erstellen. Dazu einfach im Tab Szenen eine Szene hinzufügen und wie gewohnt konfigurieren. Es können Leuchten aus allen Netzwerken der Site zur Szene hinzugefügt werden.